In diesem Video Und wir müssen neu starten Nein 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 Das war dumm Moin meine Werte Freunde Was geht und Willkommen zu diesem neuen Video Heute Spielen wir einen Omega 2 Level Aber nicht von irgendjemandem Sondern von Kartongi Die alten Level für den Ehrenwerten Pytho gemacht Ein Kanal den ihr aufchecken solltet Aber Da geht es nicht sondern Wir wollen das Level spielen Worum es geht Keine Ahnung Es heißt Little Troy für Pytho Und Ich würde sagen Wir starten mit dem Level Und das ganze Werdet im Mainstream gemacht Also Wir sehen mal Was da passiert Oder ganz nur beschauen Was steht noch Findet ihr da Star Coins Und die Buchstaben P Und T Wir sehen uns Wir sehen uns dass die 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 Das war's für heute. Leider nix. Leider nix. Ok, wir wissen schonmal, wir sollten keine Türen betreten in diesem Leben. Die gleiche Fila noch mal. Oh mein Gott, ich bin dumm. Ich weiß nicht, ob ich da hoch will. Danke. Oh nein, ich bin dumm. Oh nein, ich bin dumm. Ich habe Angst. Ok, alles gut. Oh nein, ich bin dumm. Nein. Die Wolldener bitte, bitte. Bitte, bitte. Karton, ich hasse dich. Ich hasse dich auf allen Ebenen. Digga, mach doch die Wannsprünge. Ja. Es ist so wahnsinnig witzig. Wir verzweifeln ja gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm. Hm. Ne, das geht nicht. Und damit, es wird natürlich auch immer wieder in das Werkstift. Nämlich durch einen versteckten Block. Oh mein Gott. Das war's für heute. Beweck! Beweck, Beweck! Beweck! Wo ist die Hände? Genau. Der Ton ist das Item. I hate you oh my god I have cheated Nur die Frage ist, wo ist die Münze? Alles klar. Ähm... Oh, was ist da? Ja, kann machen. So, passt das? Oder ist das jetzt zu leise? Ja. Und du musst ihn erstärken. Nein! 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 Das war dann... Und dann, nach über 150 Versuchen, passierte ein Versuch, der alles veränderte. Aber wie der aussah, den seht ihr jetzt. Das war's. Das war's. Mehr Informationen. Insofern, nach unten. Die Schmerzen. Nach unten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020